Ralf von Böhren ist ein deutscher Kunsthistoriker und Kirchenhistoriker, der in Rom an der päpstlichen Universität Santa Croce lehrt. Seine Kunst- und kirchenhistorischen Publikationen betreffen generell die Kirchenarchitektur und christliche Bildkunst des 4. bis 21. Jahrhunderts. Speziell die Bildrhetorik in Neuzeit und Moderne, die heutige Künstlerpastoral und die liturgische Kunst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Werdegang Nach Abitur 1982 am Max-Planck-Gymnasium und Zivildienst von 1983 bis 1984 im Krankenhaus der barmherzigen Brüder in Trier studierte Ralf von Böhren. Von 1984 bis 1991 Kunstgeschichte Klassische Archäologie und Philosophie an der Universität Trier und der Universität München 1988 konvertierte er in München zur römisch-katholischen Kirche. An der Universität zu Köln wurde von Böhren 1994 in Kunstgeschichte promoviert. Mit seiner Dissertation, die 1998 unter dem Titel Die Werke der Barmherzigkeit in der Kunst des 12. und 18. Jahrhunderts Zum Wandel eines Bildmotivs vor dem Hintergrund neuzeitlicher Rhetorikrezeption publiziert wurde, liegt erstmals eine umfassende Bearbeitung der Ikonografie der Barmherzigkeitswerke vor. Im Kontext Wirtschafts- und Religionsgeschichtlicher Veränderungen während der Renaissance und Barockzeit sowie im Blick auf Publikum. Auftraggeber und Künstler analysiert die Studie den Einfluss der Rhetoriklehre und Kunsttheorie auf die Entfaltung eines persuasiven Darstellungsmodus der Bilder. Persönlicher Betrachter Bezug und Narrativer erzählst hier gelten als wesentliche Elemente dieser neuzeitlichen Bildrhetorik. Von 1992 bis 1995 war Van Böhren als pädagogischer Mitarbeiter im Museumsdienst Köln am Wallraff-Richards-Museum und am Museum Ludwig in Köln tätig. In der EDV gestützten wissenschaftlichen Dokumentation des Bildarchivs Foto Marburg der Universität Marburg und als freier Mitarbeiter für Kirchenraumpädagogik des Domforum am Kölner Dom und den zwölf romanischen Kirchen in Köln. Von 1996 bis 1998 leitete Ralf van Böhren das Lektorat im Verlag Schnell und M. Steiner in Regensburg, dessen Gründer Hugo Schnell und Johannes Steiner 1934 erstmals die kleinen Kunstführer verlegten, die heute mit über 70 Millionen Exemplaren von mehr als 3100 Titeln die größte Kunstführerei dieser Art in Europa sind. An der Theologischen Fakultät der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom wurde Ralf van Böhren 2006 in Kirchengeschichte promoviert, unter dem Titel Kunst und Kirche im 20. Jahrhundert. Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils erschien seine Dissertation 2008 in der Reihe Konziliengeschichte, der umfassendsten Neudarstellung der Konzilien- und Synodalgeschichte von der Spätantike bis zur Moderne, die Walter Brandmüller 1979 begründete und bis 2008 herausgab. Das Geleitwort des Buchs verfasste Friedhelm Hofmann, Bischof von Würzburg und Mitglied der Päpstlichen Kommission für die Kulturgüter der Kirche sowie der Kommission für Fragen der Wissenschaft und Kultur der Deutschen Bischofskonferenz, seit 2006 lehrt van Böhren Kunstgeschichte an der Päpstlichen Universität Santa Croce. Seine Forschungsschwerpunkte und Lehrveranstaltungen an der Kommunikationsfakultät umfassen, Kunst- und Glaubenskommunikation, an der Theologischen Fakultät liturgische Kunst und christliche Kunstgeschichte. An deutschen Universitäten zählen diese Fächer nicht zum pflichtmäßigen Lehrprogramm des Theologiestudiums, obwohl das Zweite Vatikanische Konzil die Einbeziehung von Kunst gewollt hat. Diesem Defizit in der theologischen Ausbildung versucht das Lehrangebot der Universität Santa Croce entgegenzuwirken. Ralf van Böhren ist Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung und des Römischen Instituts der Görres-Gesellschaft. Zur Pflege der Wissenschaft Am 1. Juli 2014 wurde er von Papst Franziskus als Berater in den Päpstlichen Rat für die Kultur berufen. Veröffentlichungen Die Werke der Barmherzigkeit in der Kunst des 12. 18. Jahrhunderts Zum Wandel eines Bildmotivs vor dem Hintergrund neuzeitlicher Rhetorikrezeption Hildesheim, Zürich, New York Georg Holmes Verlag 1998 ISBN 3-487-10319 Zwei deutsches und englisches Abstrakt Kunst und Kirche im 20. Jahrhundert Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils Paderborn Verlag Ferdinand Schöning 2008 ISBN 978-3506-76388 4 Verlagsinformation und Rezension in Das Münster 2009 sowie in Theologie Geschichte 2008 Paul VI und die Kunst Die Bedeutung des Montigny Pontificates für die Erneuerung der Künstlerpastoral nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Forum Katholische Theologie 24 2008 S 266 bis 290 Die Immaculate Conception in der Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts Ikonografische Innovation und Dogmen historischer Kontext in See des Sapientiers Mariologisches Jahrbuch 13 2009 S 59 bis 89 Spiritualität des Irdischen Die weltanschauliche Botschaft im Werk von Josef Beuys in Sakralität und Moderne HRSG Von Hanna Barbara Gerl-Falkowitz-Dorfen Havel Verlag 2010 S 197 bis 230 ISBN 978-39810376-5-4 Moderner Kirchenbau als Bedeutungsarchitektur Die Lichtkonzeption Dominikus Böhms als Ausdruck einer mystagogischen Raumidee in Liturgie als Bauherr Moderne Sakralarchitektur und ihre Ausstattung zwischen Funktion und Form HRSG von Hans Körner und Jürgen Wiener Klartext Verlag 2010 S 241 bis 256 ISBN 978-38375-03562 Volltext online Akten, Dekrete und Tagebücher als Konzilsquellen Symposium der Internationalen Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung in Estergom 16. 16. 20. September 2010 in Annuarium Historiee Konziliorum 42 2010 S 1 bis 6 Sakral Kunst und Moderne Versuch einer Bilanz aus Sicht des katholischen Lehramts im 20. und 21. Jahrhundert in Sakralität und Moderne HRSG von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz Dorfen Havel Verlag 2010 S 231 bis 330 ISBN 978-39810376-5-4 Papst Benedikt XVI im Dialog mit Künstlern Zur pastoralen Bedeutung des Künstlertreffens in der Sixtinischen Kapelle am 21. November 2009 im Kontext der modernen Kirchengeschichte in Analis Theologici 25 2011 S 305 bis 315 Volltext online Los Papas Y Los Attistas Modernos La Renovation de la Actividad Pastoral con los Attistas des Pistel Concilio Vaticano II San Jose Ediciones Promesa 2012 ISBN 978-9968-412162 Englisches Abstrakt 50 Jahre nach Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils Bleibende Fragen zur Hermeneutik, Rezeption und Geschichtsschreibung in Theologisches Katholische Monatsschrift 42 2012 SP 381 bis 390 Volltext online Kunst und Kirche in der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils Dreiteilige Serie in Los Servatore Romano Wochenausgabe in deutscher Sprache Teil am 8. Februar 2013 S 6 Teil 2 am 15. Februar 2013 S 6 Teil 3 am 22. Februar 2013 S 6 Volltext online Porta Fidae Salotisc Der Bildzyklus der romanischen Türflügel in St. Maria im Kapitol zu Köln in Anuario de Historia della Iglesia 22 2013 S 175 bis 189 Volltext online Kirchenbau in Renaissance und Barock Liturgiereformen und ihre Folgen für Raumordnung, liturgische Disposition und Bildausstattung nach dem Trienter Konzil in Operation am lebenden Objekt Roms Liturgiereformen von Trient bis zum Vatikanum 2 HRSG von Stephan Heid Berlin 2014 S 93 bis 119 Volltext online 6 6 7 7 9 10 11 11 11 12 12 13 14 16 16